Ja, Run-Defense, Defense-Backfield-Konzepte, wenn wir auch nochmal drüber reden, inwiefern muss dann trotzdem noch ein Passverteidiger in den Laufspielzug eingreifen und von welchen Konzepten können wir da reden. Gehen wir erstmal davon aus, Backfield-Fits insgesamt. Das heißt, wir haben einen Fastflow zu einer Seite, als Beispiel wieder ein anderes Thema, 3-4. Wir haben Attack-Defense vorne, Slant zu einer Seite. Dadurch, dass wir einen Fastflow Outside haben, werden wir dann in dem Fall automatisch an der Stelle jemand haben, der das Play sofort angreifen muss. Wir haben, wie vorhin schon gesagt, Flow einer Seite, Leute, die entweder den Play hinterher scrapen oder eben den Cutback spielen. Und in dem Fall haben wir noch weitere Leute, die einmal auf der Backside Backside stehen. Das heißt, die können wirklich nicht mehr in das Play irgendwie angreifen. Das heißt, sie werden wirklich eine Art Pursuit angehen. Wir haben die Menschen, wie wir es auch schon erwähnt haben, die hier attackieren müssen an der Stelle mit dem Safety. Das heißt, die müssen quasi die Cutback-Löcher füllen, die hier von den Leuten offengelassen werden. Müssen die versuchen aufzufüllen. Die werden auch hier hinten vielleicht ein Play machen, aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich im Vergleich zu diesem Cutback-Play, wenn wir wirklich hier so schnell mit allen Landbackern am Top spielen können. Genauso brauchen wir hier noch einen weiteren Spieler, der, wenn das Play dann weiterläuft zu der Seite, irgendwann zwischen den Beinen landet, weil dann dieser Mensch auch einen Block hat auf den jeweiligen Force-Player auf der Seite, der die Alley spielt. Und wir haben noch einen Edge-Player, der wirklich dann die harte Kante irgendwann setzt. Je nachdem, wo der Receiver in dem Fall steht, muss er halt wirklich hier außen die Kante setzen, damit der Running Back hier auch wirklich in die Alley gezwungen wird im letzten Fall. Wenn das nicht mehr passiert und er wirklich dann außen so weit bouncet, dann wird es Richtung Sideline gehen. Und dann ist die goldene Regel, dass die Sideline wahrscheinlich jedes andere Tackle besser macht, als jeder andere Spieler auf dem Feld. Insofern dann auch wirklich, sobald man dann zwischen die Eins und Außen kommt, auch nur noch die Seitenlinie gespielt wird von den Leuten. Aber was wir auf jeden Fall haben werden, wir haben unseren Jets-Player, wir haben den Alley-Player klar definiert, wir haben den Force-Player klar definiert, wir haben die Cutback-Player klar definiert in dem Fall, einen Pursuit-Player hier in dem Fall. Und hier oben auf jeden Fall, je nachdem, wenn das Play auf jeden Fall ein Fast-Flow ist, dann brauche ich einen Chase-Player auf der Seite. Und spätestens jetzt, wenn ich mit Dreier-Line und Slants arbeite, habe ich vielleicht Vorteile. Aber ich darf nicht vergessen, dass ich auf der Seite auf jeden Fall immer einen Chase-Player brauche. Er könnte jetzt nicht auch zum Cutback-Player werden, er muss hier chasen, weil das Play zurückkommen kann. Und spätestens dann brauche ich hier den einen Defender an der Edge, wenn alle anderen weg sind, der da bleibt. Genauso wie dieser Spieler, die beide eigentlich nur die Backside-Covern müssen. Weil das, wenn das Play gut gestoppt wird, hier vorne auch genauso wieder eben zurückgehen kann in diese Richtung. Grundkonzepte, die man sich generell bewusst sein muss, das kommt immer darauf an, wann und wo die Menschen zum Beispiel zum Alley-Player werden oder Edge-Player werden können, weil die Coverage gegebenenfalls noch aufrecht gehalten wurde. Weil vor allem, wenn man jetzt einen Fast-Flow hat, der Running-Back-Pass immer noch möglich ist. Und solange das noch möglich ist, kann ich nicht einfach meine Coverage aufgeben. Wenn ich jetzt ein 20-Pers oder generell aus 2-Back-Sets meinen Fast-Flow betrachte, dann brauche ich auf jeden Fall auch einen Menschen, der hier außen sofort attackiert. Das generelle große Bild wird sich nicht großartig ändern. Die Aufgaben ändern sich aber. Weil jetzt vor allem dieser Spieler, der Force-Player, der wird dafür benötigt, den Full-Back zu fetten. Und wirklich, wenn man das mal so betrachtet, dass hier dann ein Spieler spielt, der Full-Back irgendwann hier endet, dann weiß ich, dass ich an dieser Stelle die Außenseite des Full-Backs füllen muss. Ich zeige das mal ein bisschen deutlicher. Wenn der Full-Back wirklich hier angekommen ist und ich da jetzt mit eigentlichen Bezeichnungen dazwischen der Sam hier wirklich den Full-Back stoppt, dann kommt es wirklich darauf an. Kann ich es schaffen, mich außen sichtbar zu machen, nachdem ich Sam Momentum gestoppt habe, sodass der Back auch wirklich nach innen bounced? Weil es gibt keinen anderen Grund, außer dass der Full-Back hier so steht und nicht so steht. Also das ist je nachdem, wo sein Arsch hin zeigt. So ist er halt auch gecoacht. Das muss uns bewusst sein an der Stelle, dass er eventuell einfach weiter bounced, wenn der Block genau so stattfindet. Weil er weiß, das ist der Arsch, da kann ich langlaufen. Und spätestens dann wird der auch notwendig, was ein viel zu früher Zeitpunkt ist. Weil erst wenn dieser Block hier stattfindet, dann kann ich zur Alley werden. Weil dann habe ich hier ein DB auf einen Receiver und er hat geblockt, also ist nicht mehr eligible. Also kann ich die Alley auch spielen. Genauso ist es wichtig, dass der Mike eben nicht over pursuit, sondern weiß, okay, wenn der Sam das hier ordentlich macht und den Full-Back fittet und außen ist, dann wird das Play zurückbouncen. Also muss ich den Full-Back von innen fitten. Und genauso habe ich dann den ersten Cut-Back von dem nächsten Backer und den zweiten Cut-Back von dem Save, die da eben hier hochgekommen ist. Ja, weil der erste kann der Back spielen, aber er kann nicht hier reingehen, dann bounce da einen weiter und dann von hier aus in das nächste Gap zurücklaufen. Das funktioniert nicht. Genauso muss der dann da rein. Ebenfalls, wenn das halt wirklich gerade zurückgeht, weil er sagt, ich mache mal komplett Broken Play, brauche ich meinen Chase-Player auf der Backside. Insofern, alle Wege, die jetzt hier entstehen, muss ich versuchen zu schließen. Alles ausgegeben, ausschlaggebend von diesem Punkt. Und auch Techniken, die man gezielt coachen muss an der Stelle, wenn man so ein Konzept eben umsetzt. Pursuit-Player gehe ich jetzt besonders drauf ein, aber vor allem das Konzept, dass der Alley-Player nicht sofort hochschießen kann, erst wenn dieser Mensch wirklich anfängt zu blocken, dass dieser Mensch auch wirklich genau aus dem Grund versucht, das Play so früh wie möglich zurückzutreiben und dass, wenn es wirklich bouncet, dass es dann wirklich auf diesem Block von ihm gewartet werden muss. In dem Fall ansonsten wird es nämlich in den meisten Fällen so ein ewiges Gechase von dem Backside-Linebacker oder vom Mike zum Running Back, der wirklich hier irgendwo an der Seitenlinie mit 4-5 Mann endet, wenn man hier nicht ordentlich die Edge gesettet kriegt. Genau. Alley-Player kommt stark drauf an, was mit der Coverage passiert. Wir haben außen immer noch unseren Force-Player, der da versucht, die Edge zu kriegen und hier unseren Pursuit-Player an der Stelle. Da möchte ich nochmal spezielle Konzepte, also das geht mir generell zu DBs. Das sind so Gedanken, auch wenn es Passwortjäger sind, um die man sich Gedanken machen muss. Im Detail werde ich das immer in den bestimmten Coverage nochmal besprechen, weil eben die Coverage, die DBs entweder bestimmten, also bestimmte Regeln auferlegt, positiv bleiben müssen, aber es gibt auch Coverages, die das sogar schneller erlauben, dass bestimmte DBs schneller nach vorne kommen. Und insofern, wenn ich später über die bestimmten Coverages rede, dann werde ich das explizit aufführen, welche vielleicht besonders gut geeignet sind, gegen zum Beispiel solche Offense-Plays oder Fast-Flow in dem Fall. Spezielle Konzepte, zum Beispiel Optionen. Da braucht man auch für seine Run-Defense spezielle Regeln. Die Grundregel, die die meisten Defenses spielen, ist die, dass die C-Gap-Player erst mal Quarterback spielen müssen. Also, dass sie nicht sofort auf den Pitchback gehen können, zum Beispiel. Auch als Beispiel hier eine 3-4 und warum in dem Fall, die zum Beispiel ziemlich sinnvoll ist, wie schon ein paar Mal gesagt, hier können Linebacker halt wesentlich schneller on top spielen. Ich kann mehr Leute zum Point of Attack bringen, aber vor allem in der 3-4 ist es vielleicht ein Trugschluss, weil ich eben den einen Edge-Player immer als Chase-Player brauche, zwangsläufig. Was will ich im Endeffekt erreichen? Ich brauche Menschen, die mit erstmal, also der C-Gap-Player, der sofort den Quarterback spielt, dann brauche ich immer noch einen zweiten, der mindestens von Quarterback zum Pitch spielt und ich brauche einen dedizierten Spieler, der sofort den Pitch spielen kann. Insofern ist eine 3-4 gegen eine Option sehr, sehr gut. In dem Fall, dass ich den Slant auch gut erwische, weil jetzt habe ich zwei Leute, die für den Quarterback zuständig sind. Wenn ich jetzt auf der Backside wäre, wäre das auch noch okay, weil ich ja hier immer noch meinen Perimeter-Spieler habe und dann theoretisch sogar noch einen on top habe, um den um den Pitch zu spielen. Aber von hier ist eben Quarterback zum Pitch, hier Quarterback und hier direkt kann ich den Pitchback angreifen und das ist der große Vorteil. Ich bin schon ein Perimeter-Spieler, ich muss mich nicht erst dahin hustlen, ich kann sofort den Pitchback angreifen und wenn der Quarterback zum Pitch gezwungen wird, kann das auch sehr, sehr schnell das Ganze beenden. Hat natürlich genauso gut andere Nachteile, so eine 3-4, aber also direkte Power-Plays und all sowas. Aber für eine Option ist das erstmal, ist man sowieso schon gut aufgestellt, weil man den Perimeter-Spieler hat und man kann halt das genauso, wenn man jetzt zum Beispiel den Offset des Backs hat, weil dann wird die Option wahrscheinlich da hingehen, auch den Slant insetzt, dann halt schon sehr viele Menschen zum Point of Attack bringen. Ich habe meinen Quarterback durch den C-Gap-Spieler, ich habe meinen Quarterback zum Pitchback-Spieler, ich habe direkt meinen Pitchback-Spieler und je nach Coverage oder wenn der anfängt auch noch zu blocken für den Pitch-Spieler, kann ich dann eben noch meinen Safety mit runterbringen in die Alley. Ich brauche immer noch meinen Chase-Player, und ich brauche genauso meinen Cutback-Player, hier insbesondere den Safety, weil vor allem bei einer Option wird sich hier alles sehr schnell bewegen, weil nicht nur der Running Back, sondern auch der Spielmacher noch rausgeht zu der Seite. Insofern muss das sehr schnell in diese Richtung gehen. Wenn man das jetzt Ganze zum Beispiel gegen eine Trips-Formation sieht, ist das natürlich nicht mehr so eindeutig, weil ich die ganze Formation und alles dahin schieben werde zur Trips, weil es hier auch nicht mehr viele Passings-Schwärts gibt. Ich werde den Linebacker mit weiter rausziehen, ich werde den einen noch weiter rüberziehen, dadurch werde ich den einen in die Box reinstellen, ich kann den Safety hier stehen, lasse jetzt so eine Grundentscheidung, die man treffen kann, lasse ich den Perimeter-Spieler stehen oder schiebe ich den Safety rüber oder das. Die meisten spielen hier so einen Split vom Safety zwischen 3 und 1, je nachdem, was für eine Coverage gespielt wird. Wieder ganz wichtig, die Coverage hat Auswirkungen auf das Running Game und das Konzept, was ich hier habe. In dem Fall habe ich Glück und meinen dedizierten Quarterback-Player sofort da, aber dadurch, dass ich hier 2 dBs auf einen Receiver habe, kann der Safety an der Stelle auch wirklich gleich attackieren, wenn alles hier rausfliegt. Das heißt, ich habe sofort einen Pitch-Spieler, sofort einen Quarterback-Spieler und einen Quarterback-to-Pitch-Spieler als zweite Möglichkeit, weil nicht immer habe ich den Slant hier und nicht immer ist dieser Block für den Defense-Slant auch wirklich machbar, sodass er noch zum Point-of-Attack kommt. Meistens will man ja die Option auf irgendeinen spielen, aber in so einem System ist es eher wahrscheinlich, dass der Linebacker geoptiont wird und weniger, dass der End geoptiont wird. Vor allem, weil in der 3er-Line es ist wesentlich einfacher, den hier einfach zu kontrollieren und on top. Das macht die Entscheidung des Quarterbacks auch wesentlich später schon wesentlich mehr Raum gewinnen, bevor überhaupt eine Entscheidung notwendig ist. Aber wieder dasselbe. Ich habe einen Quarterback-Sieger-Player, ich habe einen Quarterback-to-Pitch-Player und jetzt kann ich sofort den Safety einsetzen, wenn er das riecht, kann er auch schon creepen und sofort habe ich auch hier wieder einen klaren, dedizierten Pitch-Player sofort, weil ich eben nur eine 1-Receiver-Seite habe auf der Seite. Also gegen Spread, gegen Trips, alles einmal durch und das muss man als Konzept für sich einmal aufgestellt haben, damit man damit arbeiten kann. Wir, also Triple Option, nochmal als nächstes. Ich habe einmal den Dive und danach die Option, den Quarterback oder dem Halfback quasi den Ball zu übergeben oder zu pitchen. Wieder gegen 3-4-System in dem Fall als Beispiel. Jetzt ist wichtig, dass in dem Fall das Ganze wesentlich langsamer gespielt wird, weil ich ja auch einen zweiten Back im Backfield habe. Das heißt, ich habe Menschen, die hier auf jeden Fall erstmal Inside spielen müssen. Ich kann nicht sofort jemanden von Quarterback zu Pitch spielen lassen in dem Fall. Der Vorteil, den ich habe, ist, dass ich hier wieder eine Situation habe, in der ich wieder nur 2 gegen 1 dB habe und jetzt auf der anderen Seite als Beispiel. Das heißt, dieser Mensch, der Safety auf der Backside, kann wesentlich schneller in den Run-Fit und Run-Pursuit gehen und bei dem Dive zum Beispiel helfen. Das gibt den zweiten ein bisschen, ich sage mal, mehr Freiheit, um wirklich auf die Option zu gehen. Dennoch ist er ja noch ein gutes Stück entfernt, plus das Ganze muss ja auch wirklich committed sein, damit er agieren kann. Das heißt, die können nicht sofort weg. Und das ist so ein Punkt, den man hier halt wirklich einmal betrachten muss. Was ist damit? Da braucht man vielleicht auch ein besonderes Konzept für, wenn man das sichtet, wenn man weiß, der Gegner spielt das, dann muss man sich darauf einlassen und dann eben entsprechend genau das so coachen. Das ist okay, du bist jetzt nicht nur einfach der Mensch, der Quarterback to Pitch spielen kann, sondern du musst halt erstmal den Dive respektieren und dann kannst du Quarterback to Pitch spielen. Das haben auf jeden Fall dedizierte Dive-Spieler. Ein Dive to Quarterback to Pitch-Spieler, das wird halt beliebig komplex dann, wenn der Offense-Spiel zu komplexer wird. Wir haben immer noch unseren Chase-Player. Viele Dinge werden sich nicht ändern, aber in der Mitte werden sich vom Konzept der halt Sachen ändern. Man muss jetzt nicht jedes Mal Neues aufstellen, das ist auch eine Sache, die man hier zeigt, sondern eben wir, Option, das sind alles Sachen, die in dieselbe Kategorie fallen, wo ich aber trotzdem mein Konzept für brauche. Ich habe immer noch meinen direkten Pitch-Spieler und je nachdem, was die Coverage sagt oder der Block der Nummer 2, weil wenn der anfängt zu blocken, nicht mehr eligible, kann er auch sofort zum Alley-Player werden, mein Safety auf der Play-Site. Insofern auch agieren. Auch ein Konzept, was ein bisschen spezieller ist, ich habe es ein paar Mal angerissen, ist, wenn Down-Blocks kommen. Und jetzt kann das ja beliebige Konzepte dahinter hängen. Die meisten gehen aber ins selbe Konzept rein. Zwei möchte ich kurz aufzeigen. Das ist einmal der Counter, Bootleg Reverse, alles was so, Down-Block, ich muss dem Backside-End irgendeine Aufgabe geben, was jetzt passiert, wenn ich keinen Block bekomme. In dem Fall machen wir ihn jetzt zum Spill-Player. Es gibt da zwei Unterschiede, Spill- und Skate-Technik. Das heißt, in dem Fall will ich das Play spillen. Das heißt, ich will mit der Außenschulter angreifen, ich will Wrong-Arm, ich will, dass der Back dahinter auf jeden Fall on top rausgeht und auf jeden Fall bouncet, dass meine Linebacker schnell on top spielen können, sobald sie diese Down-Blocks und einen Split-Flow lesen. Aber Grundkonzept ist, was mache ich mit den Down-Blocks hier? Ist das Grundkonzept, ich spille, ich will es bouncen lassen oder ich cage und lasse es halt dadurch sehr eng. In dem Fall, wenn ich es bouncen lasse, habe ich auch Vorteile, ich habe sofort einen Parameterspieler, ich kann hier on top spielen und habe wieder den ganzen Vorteil genutzt von vielen Linebackern, ich kann on top spielen, ich kann zum Point of Attack kommen und alles so schnell wie möglich angreifen. Das Grundkonzept ist aber klar, ich brauche diesen Spill-Player. Ich habe dann einen Scrape-Player on top und ich habe sowieso meinen Force-Player. Force-Player haben wir schon benutzt, Cut-Back-Player, aber für diese spezielle Situation Down-Block und Counter brauche ich eben ein spezielles Konzept in dem Fall für das Running-Game. Genau dasselbe, wenn ich jetzt 20-Personal betrachte, wenn ich ein Power-Play sehe. Jetzt ist der erste am Point of Attack nicht mehr der Guard, sondern eben der Full-Block, der auf der Seite steht. Down-Block dasselbe, das ist der Kick-Out-Block oder der C-Block da ist dasselbe, aber jetzt kann man dasselbe Konzept anwenden für einen ähnlichen Spielzug in dem Fall. Also Down-Block und diesmal Kick-Out vom Full-Back, nicht vom Guard, vom Pulling-Man. Selbes Konzept, ich habe einen Spill-Player an der Stelle mit dem Defense-End, der das Ding von innen spielt. Und der Rest kann dadurch komplett denselben Schuh runterspielen, obwohl hier oben das Block-Schema schon divers ist, also im Wesentlichen ein anderes. Und das ist im Endeffekt das Ziel von dem, was wir versuchen zu erreichen, diese Konzepte so allgemeingültig wie möglich zu machen, damit sie so viele Offense-Spielzüge wie nötig schlagen und dann nur für Sonderfälle, wie ich jetzt eben zum Beispiel in der Option und jetzt in diesem Fall Counter-Boot-Lag-Reverse, Dinge, auf die wir uns dann nochmal neue Konzepte einfallen lassen und neue Konzepte anbringen müssen. Das müssen wir jetzt nicht selber überlegen. Das ist ja alles nicht neu erfunden. Wir brauchen davon nur ein Konzept. Und das wäre dann auch schon in Richtung Bottom-Line, was ich sagen will. Ich gehe nochmal kurz rüber und dann so die Essenz. Runfits haben wir uns angeguckt, 10-Personal, 20-Personal. Wir haben mit Pulling-Linemen, was passiert dann damit? Die Running-Back-Flows, da haben wir uns auch angeschaut. Da haben wir verschiedene Defense-Line-Konzepte uns angeguckt. Two-Gap-System, Half-A-Man-System, Attack-Defense. Wir sind über Linebacker-Konzepte gegangen. Die Offense-Line, nur die Offense-Line lesen in Kombination mit den Defense-Line-Konzepten. Nur die Backfield lesen und den Flow lesen von Single und Two-Personal, also zwei Bags. Die Guards lesen in speziellen Systemen vielleicht, die dann aber auch andere Sachen aushebeln. Wenn ich die Guards lese, funktioniert das wunderbar gegen 10. Wann funktioniert es nicht mehr? Two-Back, ich brauche den Extra-Mann, das kann ich mir dann aber auch erlauben, weil der eine Outside-Linebacker als Parameterspieler nicht mehr benötigt wird. Backfield-Konzepte, wir haben über Force und Alley-Player geredet. Wir haben über Cutback-Player auch als Safeties geredet, die Edge-Player. Spezielle Konzepte wie Option, Counter und Bootleg. Die Essenz dessen ist für mich, dass wir ein abgestimmtes System brauchen, dass egal, welches System man hat, es muss zu den Fronten passen. Wenn ich jetzt eine Dreier-Line spiele und spiele Half-A-Man, dann büße ich stark ein, weil es nicht vom System her passt. Ich muss dann entweder Attack oder eben Two-Gap spielen. Bestimmte Systeme verlangen dann noch ganz spezielle Personalien von mir. Das muss abgestimmt sein. In meisten Fällen haben wir aber gesehen, dass in der Theorie die Linebacker-Konzepte unabhängig sind von den Defense-Line-Konzepten. In manchen Fällen muss man halt nur für sich wissen, für sein Konzept, was passt denn da wirklich. Wir haben auch gesehen, spezielle Konzepte. Was ist denn da für mich wichtig? Welche speziellen Konzepte brauche ich? Wann bricht denn mein generelles Run-Defense-Konzept? Wann bricht das? Wann ist der Flow nicht mehr ausreichend? Welche Spielzüge sind so speziell, dafür brauche ich ein eigenes Konzept? Es muss halt abgestimmt sein, man sollte nicht zu viel vermischen, weil alles, was wir hier tun, ist eine Konditionierung des Spielers. Jeder einzelne Read, den ich mir jetzt abverlange, oder jede andere Technik in der Defense-Line, das dauert Monate, das in die Jungs reinzukriegen. Und wenn ich dann nur sage, aber gegen Option hilft eine 3-4 viel besser als meine 4-3, dann kann ich das vielleicht trotzdem nicht machen und nicht einsetzen, weil ich verlange von den Menschen Techniken, die ich ihnen nie beigebracht habe oder nur mal im Winter für eine Minute. Und wenn ich das nicht vorher konditioniert habe, ist es vielleicht dann doch besser, bei seinem Schuh zu bleiben und sein Konzept insgesamt anzupassen oder eine Sonderlösung zu haben, die dann dafür passt. Man muss nur wissen, okay, ich habe diese Konzepte, ich versuche, die zu verfolgen. Wann passt es nicht mehr und nicht zu viel von den Spielern zu verlangen, was sie an unterschiedlichen Sachen machen müssen. Ich danke euch, hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.